Hallo und herzlich willkommen hier bei Ectowolle. Ich höre mich gerade ein bisschen erkältet an. Das liegt denke ich mal auch daran, weil ich gerade erkältet bin. Oh nein, Ectowolle ist erkältet. So ein Scheiß jetzt aber auch. Ja, lässt sich gerade manchmal nicht ändern, denn bin ich halt einfach mal erkältet. Ja, ich könnte jetzt die ganze Zeit jetzt immer noch darauf rumreiten, dass ich gerade erkältet bin. Oder ich greife jetzt erstmal meinen Raubritter-Tomi einfach mal an. So, ja, wunderbar. Automatisch aufsterben, wuhu. Ich möchte heute gerne mal um das Thema hier, was ich empfohlen habe, was der liebe Fan geschrieben hat, der sie übrigens Deutsch genannt hatte. Und zwar, ähm, tapfere Krieger, wir haben die falsche Version des Gold-Silber-Shop veröffentlichen, anstatt die Version mit den Verbesserungen zu nehmen, die wir gestern angekündigt haben. Haben wir versehentlich die Test-Version ohne die Verbesserungen bereitgestellt. Diese hat eine Laufzeit von 23 Tagen, da diese untrennbar mit allen Events innerhalb des diesen Zeitraums zusammenhängt, können wir diese Runde nicht beenden, ohne dass die in den nächsten Tagen den geplanten Events beschädigt werden. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, es so zu lassen, wie es ist. Wir entschuldigen uns für den Fehler, den wir heute gemacht haben mit einem schweren Herzens, dein Empire-Team. Ja, gut, wo fange ich da denn jetzt mal an? Also, bevor ein Spiel, oder bezüglich bevor Spielehersteller etwas hochladen, testen sie es ja. Und die kontrollieren auch, laden sie auch wirklich das Richtige hoch. Also, das bedeutet, da sitzt nicht eine und sagt, ich lade jetzt genau gerade die Datei jetzt so ungefähr hoch, sondern da sitzen quasi mehrere. Also, bezüglich, das wird nachkontrolliert. Das bedeutet, ähm, das wird quasi die Datei, die hochgeladen wird, wird dann nachher nochmal von jemand anderem kontrolliert, ob die auch wirklich richtig ist. Damit die auch wirklich nicht irgendeine Scheiße hochlädt. Das wird schon ein bisschen halt kontrolliert. Das wird erst kontrolliert, getestet, kontrolliert, getestet, blablabla, also schon ein bisschen mehr. Das bedeutet, die haben das vorher auch getestet. Und deswegen ist das der komplette Scheiß, was da jetzt gerade geschrieben wurde. Das ist unlogisch as fuck so ungefähr. Das kann gar nicht sein. Ähm, dass die dann sagen, oh nein, jetzt haben wir die Version von Testversion erstmal hochgespielt. Es kann durchaus sein, dass die Testversion, die, ähm, die, äh, ja, sagen wir mal, die, das Grundgerüst ist von der Version. Und dass sie dann einfach nur gesagt haben, okay, wir lassen das erstmal so laufen, testen das einfach mal so, so wie fast 23 Tage. Und gucken dann, ob wir vielleicht dann noch, wenn wir Bock haben, die Verbesserung machen oder auch nicht. Und lassen es einfach mal auf dem Live-Server einfach mal drauf. So, ja, anders würde ich sagen, passt es nicht, nein. Dann würde ich eher sagen, okay, wir haben vielleicht mit der Community ein bisschen falsch kommuniziert. Und dann wird das auch schon wieder gehen. Aber es kann nicht sein, es ist auch nicht möglich. Es geht einfach nicht, dass sie sagen, okay, wir, wir haben, oh, ups, wir haben die falsche Datei hochgeladen. Das geht nicht, das passt nicht, das funktioniert nicht. Weil es wird öfters kontrolliert. Das ist ein Spielehersteller. Wenn ich zum Beispiel selbst eine Webseite baue oder sowas, dann ja, dann könnte das durchaus sein, dass ich vielleicht mal die falsche Datei hochlad. Oh nein. Ähm, oder auf meinem YouTube-Channel oder whatever. Aber nicht ein Spielehersteller. Und das ist einfach der totale Bullshit da. Von daher würde ich dann einfach sagen, äh, nee, komm, erzähl es jemand anderen. Erzählt doch einfach jemand anderen, dass ihr, äh, Blödsinn baut. Ich meine, entschuldige euch nicht dafür, dann sagt ihr einfach, okay, wir wollten es damit testen und blablabla und fertig. Ich meine, Good Game Studios kommuniziert ja sowieso nicht mehr so wirklich viel, ähm, manchmal so das Gefühl, gerade mit den, äh, Usern. Von daher, ja, whatever, ist doch eh im Endeffekt wurscht. Also ich meine, passiert ja manchmal auch nicht viel, also. Gut, klar, einige Leute sollen gerade, sag ich mal, immer noch durch diese Angebote hier auch nochmal. Äh, komm, geh Angebot auf. Yay. Nochmal öfter so ein bisschen zur Kasse gebeten werden oder irgendwie anders. Ja, gut, solange die Leute zahlen, lass sie doch einfach zahlen und spielen und blub, ist ja auch mir auch wurscht gerade. Ich vielleicht auch daran, dass ich ein bisschen erkältet bin. Aber ja, dann ist das halt nun mal so. Aber ich meine, dann erzählt doch nicht so eine Scheiße so ungefähr. Dann erzählt doch ganz klar, okay, wir wollten das erstmal so drauflassen, gucken erstmal 23 Tage und dann ist gut. Weil, ähm, das jetzt auch nicht mehr zu ändern zu können, glaube ich, ist auch nicht eine Option. Ihr hättet nämlich da, wo ihr es bemerkt habt, einfach zum Beispiel auch sagen können, okay, dann starten wir alles nochmal neu. Das wäre vielleicht eine Stunde gewesen oder so. Dann hättet ihr ein paar Tickets beantwortet, ein paar Leute gesagt, oh, ich habe Booster angeschaltet. Ja, kein Problem, kriegst du neu, kriegst du wieder. So, das wäre ein bisschen Supportarbeit und, ähm, das wäre das dann auch da. Das ist einfach nur zum größten Teil einfach nur Bullshit. Äh, wollte ich mir eben kurz erwähnen und, äh, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.